Ich darf vorstellen, euer Champion. Ich kann euch alle im Rückspiegel sehen. Ich bin der Jumpmaster, mir nach. Wenn ihr hier was reißen wollt, dann müsst ihr mich ausschalten. Da drüben könnt ihr so sich was sehen. Das war fast das nicht. Ich glaube, ich te amo, amigo. Es ist schade, dass du tot bist. Wir sollten dort laden. Bereit machen, es geht los. Es geht darüber. Oh, nee! Gehe bitte. Ich kann da drüben, es ist aufregend raus. Gehe darüber. Nochmal. Achtung. Erster Treffer. Erster Treffer. Zum Glück nicht bei uns. Runde 1. Starte den Countdown. Der nächste Ring ist nicht in der Nähe. Hier ist eine R-301 Hier ist eine Prawler-MP Braucht jemand in der D-Munition? Vielen Dank Ich brauche eine Optik für ein Sturmgewehr Kontakt Wer für Sprung ist es? Jetzt geht's los Das war der letzte Amigos Hier ist eine Spritze Ich habe hier eine Anpassung Schädelspalter Ich sehe mal da drüben nach Ring schließt sich in einer Jetzt geht's los Hier ist schwere Munition Achtung Hier ist schwere Munition Bereits ich wade Champion Wir sind los Gegner gesichtet Ich brauche Schrottpatronen Ich brauche es Ich reite es ja gerne bis zum Schluss aus Das war der letzte von dem Squat Schöner Kills Wie hat sich das angefühlt? Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket runter Hier ist schwere Munition Braucht Beute Hier ist schwere Munition 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 hier ist eine schicht batterie hier ist eine optik der ring ist in der nähe in einer minute schließt er sich gehen wir da lang ja es reicht wenn wir ganz normal gehen ein smurf ja bist du allein irgendein kollege von mir und der bsd noch umgehen ich hab jemanden gesehen und er verkauft bestimmt keine kanarien Oh, Care-Paket, precioso. Ein Sprungtor. Erkunden wir diesen Weg. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 3. Es läuft super für uns. Es sind nur noch zwei feindliche Swats übrig. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ihn erledigt. Ja, ich habe ihn erledigt. Das ist erledigt. Ich bin hier von dem Squad. Nur noch ein Squad übrig. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder. 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 Hör mal, ich fordere jetzt ein Lifeline-Paket an. Achtet auf meine Falle. Ich werde euch beobachten. Es muss gefeiert werden. Wir sind alle im Ring. Gut. Gehen wir dort entlang. Wir sind alle im Ring. Wir sind alle im Ring. Der Ring ist nah. Zeit am Boden. Entschuldigung. Ihr seid die Apex Champions. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017